so moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren rush royal video auf dem kanal der taker ja heute im laufe des tages ist update 9.0 tatsächlich online gegangen aufnahmezeitpunkt ist jetzt 16 11 23 43 dienstagabend das update ist jetzt schon einige stunden live und wir wollen uns mal zusammen abgucken was es neues gibt es gab auch noch ein paar kleine änderungen die noch nicht vorher angekündigt waren tatsächlich die schauen wir uns an und wir gucken noch mal in den spiegelkampf rein wie es da läuft so die helden taverne wie gesagt neues event helden tavernel tavernel teilnehmen alles klar die übersetzung ist wieder top hier also an der helden taverne können alle spieler teilnehmen die die fünfte arena erreicht haben wir müssen die fortschritte leiste füllen indem wir event punkte sammeln wir können diese sammeln indem wir tägliche und saisonale quests abschließen event punkte sind auch in den meisten truhen enthalten also pay to win truhen durch fortschritt in folgenden events königliche prüfung spielgekampf und siegesrausch können auch gleich mal gucken habe ich schon gesehen da sind die coins auch mit drin durch fortschritt im clan turnier für jeden kauf den du mit kristallen bezahlt und durch den kauf von sonder angeboten ja es wird ein battle pass geben haben wir schon darüber gesprochen video verlinke ich euch hier oben könnt ihr euch gerne selber angucken und selbst eine meinung dazu bilden sobald du 6000 event punkte erreicht hast wird das magische labor freigeschaltet dort kannst du legendäre karten gegen magische kristalle eintauschen die du zum aufwerten anderer karten benötigst das event läuft drei wochen jetzt ist nur nicht klar ob das jetzt einmalig ist oder halt einmal im monat für drei wochen läuft müssen wir sehen der magische staub ist wie gesagt eingeführt worden da bekommen wir sozusagen bruchstücke von legendären karten und wenn wir davon 1000 zusammen haben können wir uns eine random legendary einheit beschwören und die ist erhältlich in verschiedenen events die ab der fünften arena verfügbar sind verschiedene truhen im kampf pass in pvp season belohnung und an als belohnung für die teilnahme an klaren krieg ansonsten gibt es eine neue einzigartige einheit sie wird der technogenen gesellschaft zugeordnet und ja spezialfähigkeit der shredder meister ist ein unterstützungseiner die nicht benötigte verbündete einheiten zerstören kann um andere zu stärken nachdem eine bestimmte anzahl von einheiten zerstört wurde wertet die fusionierung des shredder meisters alles klar eine deiner einheiten auf dem feld um einen rang auf je nach aufwertungsstufe können zwei einheiten gleichzeitig aufgewertet werden ja jetzt wäre die frage wie diese einheit dann nicht benötigte verbündete einheiten definiert ich hoffe die schalten wir demnächst frei dann werden wir da ein eigenes video zu widmen ich denke das wäre jetzt zu spekulativ darüber zu reden ansonsten ist ein neuer mini boss eingeführt worden wirbel wir heißen den neuen mini boss im spiel willkommen der wirbel stellt sowohl für dich als auch für deinen gegner eine echte herausforderung dar von zeit zu zeit verwandelt er sich in einen mächtigen tornado der seine eigene geschwindigkeit und die geschwindigkeit von monstern in der nähe erhöht die macht dies macht ihn auch immun gegen alle kontrolleffekte der wirbel und der banner lord erscheinen zufällig im kampf ja also ich habe für ihn gespielt ich glaube so ab vierten boss kommen die gefühlt abwechselnd müssen wir auch erst gucken ob das eine wirklich zufällig ist oder ob es da eine genaue reihenfolge gibt ansonsten kontrolleffekte heißt halt dann und slow effekte also das wird einfach dafür reingemacht worden sein damit die games nicht so ewig lange dauern finde ich dementsprechende gute änderungen um den ganzen stundex ein bisschen den wind aus den sägen zu nehmen also gute änderungen änderungen am siebes siegesrausch und eine neue legendäre hält ja also siegesrausch gab es änderungen früher war es wichtig die meisten siege zu erringen so dass selbst ein verlust bedeutet hat dass ihr unmöglich die besten belohnungen erhalten konntet jetzt kannst du tickets für den siegesrausch nutzen um belohnung für gesammelte punkte verdienen du erhältst jetzt mehr event punkte wenn du während eines bosskampfes ein gegner besiegst sehr interessant vorher wurden kämpfe mit persönlichen decks ausgetragen was zum level unterschied geführt hat jetzt haben alle spieler in zwei spielen wo die zugriff auf einheiten desselben levels liegen und arenen es wurden besondere belohnung für die besten 10.000 spielern zugefügt und was am wichtigsten ist im aktualisierten event kannst du einen neuen legendären helden sammeln den nekromanten also erstmal hört sich so an als ob es angepasst wurde genau wie die königlichen prüfungen mit liegen und arenen sehr interessant mal schauen kann auf jeden fall auch eine gute änderung sein werden wir dann am wochenende auf jeden fall auch mal reinschauen wenn wir dafür zeit finden denn wie die interessierten unter euch wissen ist diese woche neue season im ww supercard deswegen verzeiht mir wenn da eventuell das ein oder andere rush royal video ausfällt so der dekromant kann ein unsterbliches licht mit einem lähmenden aura beschwören und den gegnerischen helden daran hindern seine aktive fähigkeit einzusetzen einheiten die in der aura des lichts gefangen sind können nicht kämpfen und benötigen nach dem verlassen der aura einige zeit um sich zu erholen sobald er die feindlichen tore erreicht hat zerstreut sich das licht ohne schaden zu verursachen und die blockierung der aktiven fähigkeit endet im koop modus blockiert das beschworene licht den weg der monster eine zeit lang und verringert ihre rüstung wenn sie sich in seiner aura befinden während er gleichzeitig den von den monster verursachten schaden erhöht ok du als fragmente necromanz als belohnung für siegesrausch und aus einem speziellen truhe die du während des events im shop kaufen kannst also ähnlich wie die kiste des donnerers die sich nicht so sehr gelohnt hat ansonsten wurde der robert da ein bisschen schlechter gemacht zusammengefasst er hat jetzt einfach in der letzten phase einen kleineren buff hier auf die bonus chancen kritischen schaden von zehn prozent auf fünf prozent verringert änderung am helden zeus sturm betäubt jetzt gegner du benötigst jetzt mehr fragmente um zeus zu bespören wunderbar aber deutlich weniger fragmente um diesen helden weiter aufzuwerten die anzahl der fragmente die du derzeit benötigst wurde angepasst um mögliche verluste zu vermeiden alles klar wahrscheinlich meinen sie damit dass ihre verluste vermeiden wollen weil die leute den zu schnell gekriegt haben kappi event truhen erhalten jetzt garantierte fragmente für zeus mindestens eine das ist natürlich dann wieder eine gute erinnerung heroische gegenstände du kannst jetzt den letzten ausrüstungsplatz deines helden belegen einzigartige gegenstände die für eine bestimmte helden vorgesehen sind verbessern die fähigkeit dieses helden jetzt enorm ja liegen heroische gegenstände da sehe ich mich noch nicht so die für dich verfügbaren gegenstände kannst du in der truhe im shop einsehen zum öffnen einer truhe benötigst du 50 token token erhältst du in belohnung für das neue event helden taverne okay also dann müssen wir mal in die helden taverne dann reingucken in der truhe findest du einen zufälligen heldenhaften gegenstand der nur für die helden ist die du bereits besporen hast wenn du bereits einen heroischen gegenstand für einen der helden hast erhältst du diesen gegenstand nicht erneut das ist auf jeden fall gut du bekommst garantiert einen gegenstand für einen anderen helden wenn du für alle freigeschaltete helden heroische gegenstände hast erhältst du 2000 fragmente für heroische gegenstände ja okay also da müssen wir dann mal genauer reinschauen modifikatoren änderung an modifikatoren beschleunigung erhöht die angriffsgeschwindigkeit wöchentlicher fraktionseinheiten um zehn prozent pvp und drei prozent im koop kritischer sehen erhöht jetzt um vier prozent und im koop um zwei mana zu beginn 40 und 20 und der multiplikator erhöht jetzt generierung sämtliches mana von 15 pvp und fünf im koop also haben sie die modifikation ein bisschen angepasst ansonsten gibt es auch jetzt hier noch zwei neue modifikation schnelle schnecke die fusionierung wöchentlicher fraktionseinheiten beschwört eine spezielle schnecke auf der gegnerischen seite die gesundheit der schnecke hängt sowohl von der welle als auch vom rang der einheiten ab im pvp gewährt die schnecke weder den beschwörer noch den gegner mana im koop gewährt sie die hälfte des manas eines normalen monsters die gesundheit der schnecke entspricht 200 prozent der hp eines normalen monsters im pvp und 50 prozent der hp eines normalen monsters im koop wenn ein demonologe fusioniert wird erscheint das monster des demonologen und die schnecke nach einer pause von 0,3 sekunden ja ok also für pvp hört sich erstmal interessant an bei koop weiß jetzt noch nicht was die bringen soll wenn man nur die hälfte mana bekommt und sie hat 200 prozent hp eines normalen monsters weiß ich nicht warum man die setzen sollte schreibt gerne in die kommentare wenn ihr es wisst und zu guter letzt marathon erhöht im pvp die bewegungsgeschwindigkeit von monstern auf der gegnerischen seite des feldes um acht prozent für jede welchen die fraktion einheit im deck ok verlangsamt im koop monster um zwei prozent für jede welchen die fraktion einheit und fusioniert funktioniert nur auf deiner seite des feldes ja also der hört sich auf jeden fall schon interessanter an wenn die monster da auf einmal keine ahnung 24 prozent schneller laufen kann gut sein ja also das waren jetzt erstmal die patch notes dafür war sehr viel wir schauen mal rein hier im shop findet ihr neue tolle angebote kapper die ihr nicht kaufen sollte ansonsten zur truhe des donnerers da wird dann wahrscheinlich noch die andere truhe dazu kommen hier habt ihr das neue emblem für den magischen staub wie gesagt da bekommt ihr für 1000 eine neue legendary einheit ihr habt jetzt hier oben auch diesen pfeil nach unten weil ihr jetzt so viele verschiedene ressourcen habt heiltränke heldenhafte tokens zauberkristalle und den magischen staub das findet ihr jetzt hier allgemein wurde ein bisschen das layout geändert die quest das ist hier ein bisschen neu sieht alles sehr schick aus muss ich sagen schön gemacht ansonsten ist hier auch schon winterliche stimmung ich weiß gar nicht ob die anfang des season schon da war ich glaube schon aber ein bisschen was wurde an der grafik geändert wissensdatenbank natürlich sind auch die neuen sachen mit drin ja auf dem account sind jetzt hier noch einige ich weiß gar nicht wirbel zum beispiel hier unten seht ihr könnt dann natürlich auch alles anklicken und einsammeln mini der boss mit einer aura die ihn regelmäßigen um zehn prozent beschleunigt und ihn von langsamen betäubenden und einfrierenden effekten schützt monster unter dem effekt der aura bewegen sich zehn prozent schneller ja genau ansonsten findet ihr jetzt hier die sind jetzt ein bisschen ausgegraut hier ihr seht spiegelkampf läuft auf dem account ganz gut da können wir gleich noch mal reingehen und wir gucken noch mal sieht man diese heldenkiste schon kiste 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 schmiede was gibt es hier ja genau den wollte ich heute mit euch zusammen noch schmieden den etwas besseren stab let's go den nehmen wir mit auf dem free to play account sind wir wohl bemerkt und ja hier seht ihr den neuen helden den nekromanten den wir leider noch nicht haben und auch nicht so schnell kriegen werden vor allem nicht auf dem free to play account ansonsten die helden taverne habe ich bisher noch nicht gefunden sagt mir gerne wenn ich die übersehen habe die scheint noch nicht im spiel zu sein aber wie auch vorhin schon erwähnt sieht man jetzt hier diese münzen ich bin jetzt hier bei sieben siege und ich kriege jetzt hier schon 25 münzen für zwölf siege würdet ihr 50 münzen kriegen übrigens seht ihr hier 32 punkte am zweiten tag das gar nicht mal so schlecht ich glaube hier in die top 100 werden wir annähernd nicht reinkommen aber 32 punkte ist schon nicht schlecht wir sind jetzt auch schon wieder hier bei sieben sieben siege gestern haben wir tatsächlich 11 geschafft ganz knapp im zwölften match gescheitert aber ja hier gibt es auch noch staub 440 bis 500 ok hier gibt es sogar bis 1000 die chance ja gut hier gibt es dann dafür die legendary aber wenn man ja ja im endeffekt ist das gleiche ob man die die chance hat von 0 bis 1 aber hier kriegt ihr halt safe was und wenn ihr fünfmal pech hattet könnt ihr euch auf mindestens einmal holen von daher ganz okay ich würde sagen wir gehen mal hier einfach in einen spiegelkampf noch rein zwar jetzt erstmal sehr sehr viel input müssen wir jetzt erstmal alles ein bisschen sacken lassen gucken wie sich das auswirken wird ich finde den wirbel finde ich gar nicht schlecht weil die matches doch schon sehr sehr lange gehen ich habe vorhin auch mal wieder ein inquisitor deck dann gespielt was auch sehr nett war deswegen ja finde ich die änderung erstmal nicht so verkehrt ich will hier kein dings kein harleken na gut wenn jetzt hier ein dings gekommen wäre hätte ich hier die drei gemacht die dreier kombo kommt leider nicht übrigens im spiegelkampf auch immer sehr sehr stark hier der pyrotechniker muss ich sagen der ist gar nicht mal so verkehrt so zwei kristall magier auf zwei haben war hexenmeister wird kommen gönn uns mal ein zweier pyrotechniker ok ja gut das machen wir haben wir hier mal drei in einer reihe das gibt auch schon mal ein bisschen schaden vielleicht hier noch den vierten aber wenn jetzt hier noch einer wäre wäre es echt ehre jetzt probieren wir aber erst ein bisschen später hier ansonsten sie spiegelkampf läuft ganz gut bisher muss ich echt sagen könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben wie es da bei euch läuft deshalb eine nette abwechslung vor allem weil die games auch nicht allzu lange gehen so ein paar mana power ups hexenmeister kommt gleich ja die neue legendäre einheit können uns gleich noch mal angucken ansonsten aber denke ich mal alles abgearbeitet die helden taverne ist komischerweise noch nicht im game auch nicht zu sehen wann die kommt unter events leider mal abwarten wann die reinkommt am wochenende siegesrausch dann mal gucken mit den neuen änderungen da bin ich auf jeden fall gespannt das werde ich auf jeden fall probieren auch trotz supercard versuche ich da wenigstens ein video zu hoch zu laden am samstag vielleicht und ja den rest muss mal gucken so wir haben ihn weg gehauen bevor er uns eine einheit weg schlägt das ist schon mal sehr gut nächster boss ist der puppenspieler ob sich denn das lohnt hier wenn danach der puppenspieler uns sowieso das board verändert da warten wir mal noch kurz wir gehen trotzdem aus mana power ab hier von den kultisten die beiden mache ich mal weg genau haben wir noch ein kultist dazu bekommen sehr gut und noch ein uiuiui das ist nicht verkehrt ich spare trotzdem kurz ein bisschen mana ich denke hier im spiegelkampf werden wir den wirbel jetzt nicht sehen weil so lange gehen die matches eigentlich nicht ich glaube der kommt ab dem dritten vierten boss irgendwann und dann kam er bei mir gefühlt immer abwechselnd mit dem banner lord der gegner scheint schon ein bisschen probleme zu haben mal gucken er könnte halt hier den harlequin benutzen um den pyrotechniker zu aktivieren es würde ihn auf jeden fall einiges an schaden bringen aber ja hat er leider nicht gemacht so gameplay technisch soll es aber auch gewesen sein video geht schon echt lang schreibt mir mal gerne in die kommentare ob ihr eher die langen videos führt oder doch lieber etwas kürzer ansonsten gucken wir hier jetzt noch in die einheiten rein ob wir den hier sehen da ist er der shredder meister schluckt verbündete einheiten um den fusionsrang anderer einheiten zu erhöhen okay der shredder meister greift das erste ziel auf dem pfad an er kann eine einheit desselben fusionsrangs zerstören nach dem fusionieren mit einem anderen shredder meister oder nach der zerstörung einer einheit erhält er wiederverwertungs ladung bei drei ladungen erhöht die nächste fusionierung oder zerstörung einer einheit durch den shredder meister den fusionsrang einer zufälligen einheit auf dem feld um eins abhängig vom level der einheit besteht eine chance dass der fusionsrang einer zusätzlichen einheit erhöht wird der shredder meister kann seinen eigenen fusionsrang mit diesem effekt nicht erhöhen ja also klingt auf jeden fall sehr verrückt und aber auch sehr interessant ich hoffe dass wir den irgendwie bekommen können schnellstmöglich das wäre echt nicht so verkehrt falls ihr den schon freigeschalten habt schreibt mir mal gerne in die kommentare was man da so für decks spielt und ihr könnt auch mal gerne einen clip davon in meinen discord server rein schicken würde ich mich auf jeden fall sehr darüber freuen server ist verlinkt in der beschreibung auf jeden fall mir jetzt noch ein bisschen kuscheln und ja ich danke euch falls jetzt hier noch einer zuschaut nach 17 halb minuten danke für euren support lasst gerne kostenloses abo da wir sehen uns im nächsten video wieder bleibt gesund bis dahin schau schau